Zoffen aber nicht jetzt Halli 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 Schnell Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 16 Ultimate Team Hier auf dem PC in Liga 9 sind wir jetzt unterwegs und wir suchen direkt einen Gegner in Liga 9 Und wir schauen mal was uns da erwartet, ob wir jetzt auf härtere Gegner treffen Oder halt auch nicht Ich meine, das letzte Spiel war eine ganz klar Klare Angelegenheit für uns Aber wie gesagt, es ist halt Von Spiel zu Spiel ist immer schwieriger, ist ja klar Manchester United Low, SCP United Mit einem Chelsea Trikot Wir bestimmt auch ein Genau, ein englisches Team haben Da ist ja mit Femimino Mit Zabaleta Mit Begovic Skrittel Gips Young Lukaku Benteke vorne Wiltshire Shagiri Inverteidiger kenne ich nicht Es ist das erste Spiel der Saison und für sie geht es nun darum einen ordentlichen Auftakt hinzulegen Das stimmt Und jetzt geht's los Es ist hier eine neue Aufwand, die verdienten Das haben wir hier zum Beispiel Super Timing, den Ball holt er sich Sowie Vielversprechender Angriff Aber da kommt doch noch einer dazwischen Mh Oha, gar grade, ich mir einen tipp zu lang er passt auf und holt sich im mittelfeld der ball auch mit dem ersten schade ecke bringt leider nichts dazwischen hat es gibt eckball die säcke von die mit wieder adatouan schießen leider auf dem tor hat auch gekewitsch der auf gibt es ja was kann und dazwischen schön auf die wahl ist den ball holt er sich vollkommen problemlos war ein solches rechnung der ball ist im seitenhaus passt auf jeden fall ist wegen bald hinterher sehr unkünfte partie jetzt könnte der pass kommen den ball hat er abgefangen da hat er aus gut aufgepasst marco essenzio er setzt sich durch und jetzt können es werden dies man hat uns gemacht und holt holl ist mein boss nicht was für zwei dinge alter wenn sie nicht dass man nicht recht das hoffen wir nicht jetzt super gelöst den ball hat er jetzt diesmal schoss oh gesessen noch genau genug gezielt es fehlt einfach die konzentration nur schädel im Moment so ein leichtes Schongenplus für uns Aduris Aduris Krass die Schnitzer vom Abwehrspieler Jawoll, wer war das? Aduris mit dem 1 zu 0 Das ist der Kopfball von Philippe Lewis Und Aduris macht den per Wally das 1 zu 0 Ah, schade Ah, schade Ah, schade Klasse Tackling Nun Benteke Jouwer, stark Da ist der Ball weg Und jetzt Wiltscher Nun Benteke Benteke Das macht er gut, macht er ihn Der Ball war nicht platziert genug Ballbesitz ist weg Jetzt müssen sie dranbleiben Jose Fonte Gibbs Ah, schade Azentrico Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball Daniel Alves Och Ecke Allertoran Einwurf vor uns müsste das eigentlich sein Ja Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus Und Daniel Alves Starke Flanke Er ist da und hat den Ball Gut gemacht, den Ball holt er sich Nun Benteke Nun Benteke Benteke Den Ball spieler zum Torwart zurück Ach, leider für den Gegner ein Ruf 43 Minute 1 zu 0 vor uns noch Hätte aber, wenn wir den Quintal spielen würden Schon locker 2-0 stehen können Jetzt sitzt nicht unter Druck Adures Ah Allertoran Da geht er hin zum Ball Gut gemacht Bei diesem Wegschluss Halbzeit 1 zu 0 Wir sind bislang Ein bisschen Schon gleich Jetzt schon und plus Für uns auf jeden Fall Jetzt nicht spielbestimmt Der Gegner kann auch was glaube ich Aber er konnte es noch nicht so richtig entfalten In der ersten Halbzeit Wir hatten hingegen schon ein paar gute Dinger Es geht weiter Die zweite Hälfte wurde angepfiffen Aber wie gesagt, wir müssen da weitermachen Wo wir aufgehört haben Nämlich tollen Fußball zu spielen Und Erfolgreichen Im besten noch Richtiges Erfolgreichen Und sie schauen und das sind besser nutzen Als wir das erste Halbzeit genannt haben Und das ging ja teilweise gar nicht mehr Stark vom Maskaran und der ist auch Mega gut Gießband Gießband Oh Cc Wie viele Elton gab es heute Kompromisslos geht er dahin Sehr gut Eingelungener Pass Das Foul war wichtig Der Angriff wäre sonst gefährlich geworden Foulspiel Scheiße ey Stark vom Filippio ist schön dazwischen ja Er hat das bislang sehr sehr ordentlich gemacht Er macht das gut bisher Er hat sein Tor gemacht Und in einer weiteren Szene ja wirklich etwas Pech gehabt Sonst wäre das schon der Doppelpack gewesen Lukaku jetzt Ecke für Regner Nach dem Aha Scharfen Eingabe von Ashley Young Mit Joviak Geht dazwischen Für Mino am Ball Auf Gips Der auf Young Da steht Maschano Griesmann Mit Joviak Verliert den Ball an Vonté Verliert den Ball an Vonté Der auf Young Verliert den Ball an Vonté Der geht daneben Aber Der Distanzschuss Geht da weit vorbei Ah Und Walde geht auf Acht Centro durch Das war schlecht vom Abwehrspieler Ah Gefährlich Das sieht so einfach aus Was wir hier machen Aber dieser Ball Besitz Fußball Ist das Ergebnis Von hartem Training Marco Asensio Weg Paul Das gibt Freistoß Schneller Freistoß Jetzt gibt es einen Einwurf Auf dem Weg Und Firmino Lukaku Das war eigentlich nicht das Was ich herausfinden wollte Ich wollte eigentlich Einwurf Ein Aus Für mich Gute Flanke Da kommt er hin Und er bauste den Ball weg Schöne Flanke Da fängt er die Flanke ab So natürlich kein Problem Er holt sich den Ball Marco Asensio Ah fuck Gute Aktion Den Ball nimmt der Logger auf Wenn der Ball durchkommt Damit Könnte es Durchaus Gefährlich werden Abseits Schaller Nach dem Pass Von Griesman Auf Altenfro Leider Abseits 1 und immer noch 73 Minute Jetzt Lukaku Jetzt Shakiri Das könnte eine Gelegenheit werden Und jetzt Griesman Oh jetzt 3 gegen 1 Ich hab bei Adam Dann sieht das sehr vernünftig aus Und Griesman Marco Asensio Und Griesman Nun Alatura So hält man den Ball in den eigenen Reihen Fantastisch Ja Und Griesman So hält man den Ball in den eigenen Reihen Oh Griesman Schade Und direkt die nächste Ecke Mit der Faust kann er hier retten Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten Griesman jetzt Abseits ok Von Alada Turan Nach dem Pass von Antoine Griesman Der war hingegen keiner Zeit Es kommt aber leider nicht dran Adu ist jetzt nach Ein guter Doppelpass Da kommt der Pass auf außen Da passt er super auf und hat den Ball Drei Minuten gibt's noch zusätzlich in dieser Partie Der kommt gut Da ist er da und hat die Flanke Ja der Spieler steht richtig Und fängt das Zuspiel ab da so richtig Gut gemacht den Ball holt er sich Der war nicht leicht zu spielen aber Jawoll da ist der erste Sieg in die Liga 9 1 zu 0 Also Durch das Tor von Antoine Gries Er schießt Das war auf jeden Fall mega wichtig immer zu gewinnen Drei Punkte haben wir jetzt im Sack Ah jetzt wollte ich mal gucken Mein Verein Gold Ah Zambrano was bringste denn so Sag mal Auff Prozent Auff 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 trinken ja meine meine vereinsortieren ja bisschen ausmisten stimmt weil das haben wir auch noch okay hat haben wir noch an täter man noch alles spiel also für fürs englische team und das war da eine in verteidigung hier habe ich auch muss man einfach mal so sagen der alessandro spielte ja nicht liga international ok kohle wäre natürlich auch mega geil von englisches team podolski dem und dem auf der transferliste setzen gut leute und wenn euch die folge landet dann lasst auf jeden fall eine positive weltpunkt erwähnen wir uns dann in der nächsten folge wieder macht's gut haben rein und tschüss kopf geht ja